Nein, nicht so. Okay, nochmal. Warte drauf. Wieso geht nichts? Ah, muss ich loslassen vielleicht? Nein. Okay, versuchen wir mal mit dem Mario. Es müsste gehen. Ich verstehe das nicht. Aha. Ich glaube, jetzt bin ich, ja, jetzt kann ich alle töten, ne? Genau. Dum, dum, dum. Darum, 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 darum. Ich glaube, das ist 30 Sekunden. Ja, und jetzt reden wir nochmal. Entschuldige die etwas ungewöhnliche Frage, aber besitzt du Amipo? Wenn du welche hast, setz sie sich ein. Möchtest du ein Amipo auf die Suche schicken? Und? Aha. Mal sehen. Dieses Amipo ist genau, das ist Mario Brötigam. Alles klar, dann schicke ich jetzt mal Mario Brötigam los, um nach Hinweisen zu Monden zu suchen. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Du kannst sie also so lange gerne eine Runde die Beine vertreten. Falls du da draußen mal nicht weiterkommen solltest, kannst du ein Amipo einsetzen, in dem du, ja. Wunder kann ich dir keine versprechen, aber ein kleines Extra sollte drin sein. Jüngchen, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend für dich. Aber ich habe ein Geschenk für dich. Dafür, dass du mich mit einem so famosen Amipo bekannt gemacht hast. Kleine Anprobe, gefällig. Jetzt umziehen. Oh oh. Oh oh. Alter. Juhu. Das sieht richtig schick an dir aus. Und komm ruhig mal wieder vorbei, ja. Oh oh. Leute, guckt das euch mal an. Er sieht so gut aus. Irgendwie. Üff. Er sieht gut aus, ne. Ja, aber voll. Okay. Schauen wir uns mal den Browser. Gucken wir mal, was er so kann. Abgemacht. Hey da. Mal sehen, wenn ich auf die Suche nach Hinweisen geschickt habe. Ach genau. Mario, möchtest du ein Amiibo auf die Suche schicken? Berühren. So. Mal sehen, dieses Amiibo ist genau, das ist Browser Brötigam. Alles klar, dann schicke ich jetzt mal Browser Brötigam los, um nach Hinweisen zu Monden zu suchen. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Du kannst dir also so lange gerne eine Runde die Beine vertreten. Ein Junge, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Ja, ihr wisst ja, was er sagt. Jetzt umziehen, ja. Jetzt schon? Oha. Okay. Ich dachte, wir müssen warten. Üff. Das sieht aber auch geil aus. Oder? Aber voll. Ähm. Und das mit dem... Ich habe gedacht, es zeigt uns an, wo die Monde sind. Oder? Ja, ich glaube schon. Und? Was? Aha. Ah, nicht auf der Karte, sondern direkt. Direkt so. Nein, Lilianen zeigt es uns an. Genau. Nicht, nicht die, ähm... Oha. Nicht die... Wie heißt das? Monde? Sondern... Die Lilianen. Ja, auch gut. Ja, also... Wo, wo? Da unten. Oha. Äh, voll gut. Öff. Na? So. Jetzt nochmal? Schon fertig? Ach, komm bitte. Tu nicht so. Wo, wo? Nein, fertig? Oh nein, das kann... Das geht nur einmal, wie es aussieht. Oho. Das ist aber schon blöd, ne? Ich dachte, das kann man so oft benutzen, wie man will. Guck mal. Ja, ich will bescheißen. Nein, wo bescheißen? Bitte. Das ist kein Ambivor. Das ist kein Ambivor. Was ist das? Ich glaube, ich glaube, ich habe es zu oft benutzt. Ja, warten wir mal mit dem Browser. Und jetzt testen wir mal die liebe Lady Gaga. Ja, nein, ich meine, die Beach. Ja, man kann... Aber das sieht schon komisch aus, ein bisschen. Von vorne gut, aber von hinten? Wie eine Schildkröte halt. Aber die Rüstung von... Aber die Rüstung von Mario sieht echt Hammer aus. So. Juhu. Ah, er zeigt ja an. Alter, ich bin blind. Ja, okay, super. Dort oben, dass es welche gibt, hätte ich mir auch selber gedacht. Naja, egal. Bitte nicht motzen. Wer motzt. Okay. Komm ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Oh. Keine Ahnung. Mit diesen Vögeln. Nein. Mit diesen Fischen komme ich da hoch vielleicht. Oder? Ich weiß nicht. Ach, scheiße. Keine Ahnung. Ich glaube. Momo. Oh, guck mal. Doch. Wo? Wo sind die? Da. Genau. Jetzt testen wir das mal. Oha. So, jetzt. Juhu. Testen wir das. Bitte, bitte. Geht es? Oha. Und wie. Und wie es geht. Es geht mega gut sogar. Shit. Okay. Das heißt, wir können auch zum... Zum... Zum Mond da oben. Oha. Aber ich muss sparsam sein. Bisschen sparsam. Ne? Genau so. Kein Wasser brauchen. Verbrauchen. Kommt er so weit hoch? Bisschen schwer, aber... Ei. Aha. Guck, da ist Wasser. Juhu. Oha. Ist das schön. Oha. 20. Wir haben 20 jetzt. Okay. Was noch? Was kann ich noch anschauen? Genug. Geh weg. Und jetzt... Wer ist dran? Natürlich... Die Beach. Hey, schön dich wiederzusehen. So. Aha. Guck. Da sind noch zwei. Sagt er. Sei vorsichtig da draußen. Okay. Ja. Jetzt nochmal. Juhu. Noch die letzte. Oh. Die letzte. Mal sehen. Dieses Amiibo ist genau... Das ist Beach Braut. Alles klar. Dann schicke ich jetzt mal Beach Braut los, um Monte zu suchen, bla bla. Ihr wisst ja, jetzt bekommen wir die. Soll ich umziehen? Halt halt. Für manche. Für euch, die es sehen wollen. Oha. Oha. Wie ich aussehe. Wo Familie? Wo? Keine. Oha. Guck mal. Guck mal, wie sie aussieht. Kann ich sie nochmal? Kann ich das nochmal benutzen? Auf. Oh. Okay. Das ist aber schon ein bisschen... O.P. Wo, O.P. Wo. Ich finde das super. Okay. Jetzt. Ich will noch den... Ah. Da ist doch noch so ein Ding. Habe ich vorhin gesehen. Oha. Geh weg. Lass mich. Geh weg. So. Bekommen wir ja auch einen Mond. Juhu. Schon schön. Ey. Das Spiel ist wirklich schön. Leute. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen... Ich beeile mich auch nicht. Also ein bisschen so locker. Oha. Wie kann ich das reinmachen? So. Ja. Jetzt muss ich warten. Geh weg. Ähm. Also dieses Let's Play wird ein bisschen halt so ein bisschen... Gechillter sein. Da. Guck. Da müssen wir hin. Genau. Stimmt so. Also wir wären eigentlich schon fertig. Voll. Ja. Aber nein. Ich muss langsam machen. Nein. Ich mach nicht langsam. Oha. Was ist das? Scheiße. Dass... Dass sie... Oha. Ich meine. Dass er nicht schnell schwimmen kann. Da. Guck mal. Da ist doch was. Oh Gott. Nein. Ah. Komm. Man bekommt zu viele Coins, aber... Oha. Geld. Aber trotzdem irgendwie... Es ist... Nicht genug. Nein. Ich meine nicht so. Ich meine halt... Es ist halt zu... Wie soll ich sagen? Man braucht nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist... Ja. Es hätte... Die Sachen hätten vielleicht ein bisschen teurer sein können. Ich leide gerne. Wisst ihr? Das ist dann... Oha. Shit. So. Wo? Wo Mond? Ich sehe nicht. Da rein. Oha. Okay. Und? Gefällt euch mein Kleid? Schon schön, ne? Wo bin ich? Oha. Wo ich bin? Juhu. 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 Oha. Ähm. Ähm. Wie geht's weiter? Ups. So. Und jetzt auf die andere Seite. Da müsste der Mond sein. München. Juhu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So irgendwie... So sieht der Mario ein bisschen männlicher aus als sonst. In diesem 2D, ne? Definitiv, Leute. Boah. Wie hab ich das jetzt geschafft? Glück. Mit Glück. Oh, alt. Mmh? Überall. Abonnieren. Ja, ja. mach. His. DePIpf. Myola. His.